Mein Leben, meine Stadt, mein Leben ist wichtig. Ich bin in der Stadt, ich bin in der Süd, ich bin in der Stadt, 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 ich bin in der Stadt. Das Verkehrsnetz hat großen Optimierungsbedarf, denn es kommt immer noch zu langen Wartezeiten und gewisse Wohngebiete sind auch nicht gut an das Verkehrsnetz angebunden. Und dadurch, dass der Gemeinderat diese Sachen mit beeinflussen kann in der Entscheidung, finde ich, dass es wichtig ist, wählen zu gehen. Denn es ist mein Leben, meine Stadt und meine Stimme zählt.